So Leute, willkommen zum Katzenspaß. Nach den etwas aufwendigeren letzten beiden Folgen, diesmal wieder etwas Low Energy. Wir haben einen oben auf dem Kratzbaum liegenden Jacky in verschiedenen Posen. Hier einmal auf dem Rücken könnte ein Bild für einen Kalender sein. Hier auf der Seite. Und hier noch eins auf dem Bauch. Ja, das wär's eigentlich auch schon für diesmal. Ich hoffe, es hat trotz der Kürze für Vergnügen gesorgt. Lasst euch nicht kratzen und haut rein. Bis nächste Woche.